Ja, ne, der konnte mal auch anständig reden, Leute. Was habt ihr, ja? Adam in der Halle getreten ist, ja? Was habt ihr aus dem gemacht, Dres? Ihr habt einen Biest aus dem gemacht, ja? Hört doch mal auf damit. Aber ich hab mal ehrlich, ohne Action, ohne Fitness ist doch langweilig. Ja, schon, aber mach das mit denen heute nicht. Aber er ist elf Uhr. Ich kick dich weg, wenn du sobald du so mit mir redest, Wallah. Nein, nein, bei dir nicht. Du bist meine Prinzessin. Ich schreib dir dann privat. Okay, ich geh kurz woanders hin. Komm noch mal elf Uhr bei mir. Und schreib mir privat. Wir tauschen noch was aus, okay? Okay, ein Kölschluss. Ah ja, diese Internetliebe. Mit einem drin. Oh, was hast du gekauft? Nichts, ich geh jetzt raus, wollte ich sagen. Wohin? Essen. Dann geh, inshallah, bleib das Essen in deinem Hals stecken. Geh raus. Schreib mir live, wenn du rausgehend bist. Itzallah. Nimmst du dir einen wunderbaren Rumsteg, iss das Medium und dann in deinem Hals stecken bleibst du? Itzallah. Natürlich nicht, Gottes Willen, du. Itzallah, heute eins. Ah, die Psychopathin. Die muss ich mir auch Hallo sagen. Lach nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich bin das, was ich hin zu tun. Ja, ja, ja. Bauch hebt wieder wie eine Freibad-Ringreife. Wie eine Ringreife. Mein Bauch, Marik, wo? Ich habe noch ein bisschen Bock. Ich will Peck. Ich gerade ohne mich garren. Ja, Herr Schmaul, Engel, ja. Wie heißt diese Notfall-Ringdinger? Wie heißt Ringreife, oder? Ja, ja. Ringreife. Ringreife, ja. Engel, ich kenne das Engel. Was hast du sowas gemacht? Eeee Senin ölmüşlerinin hayrına iki dua okudum Sen ne yaptın? Harbi, wakale, yemin ediyorum manyak s*****g Gel seni bir s*****g moro, tonunu indir de gel Amuna banan an, iyi misin? Hayır, sana yok Warum? Was hast du sowas gemacht? Bu ne amuna kumlari, das ist doch kein TikTok mehr Die Andere macht voll der Kamerablaa Machst du hier so? Amuna kumlari im Blutzug macht alles ganz voll der Kamerablaa Boah Alter Hadi, pass auf dich auf Das ist echt nichts mehr Tiktok, bitte Spere on diese Frau, bitte meldet die jetzt, bitte melden Die Andere, der Andere ist Aufmerksamkeit krank Der Andere fluchig, kommt von irgendwo LKW her Die Andere, Ding Die Andere wohnt in den Nichts Was ist mit TikTok passiert, amuna kumlari im JA Ja. Ja, bei dir, was kochst du? Moodle. Zeig mal. Gerade jetzt kann ich Sekt. Warum, nimm doch hier den Sekt doch. Nein, ich mag. Meine Frau will das nicht. Ach so, du bist mit deiner Frau. Okay, dann pass auf dich auf. Nudeln in der Pfanne, ja, kann man kochen, wenn er gebratene Nudeln will. Sag mal, Mandy, hast du noch nie in deinem Leben Nudeln gekocht? Ist mal ehrlich, wieso können heutzutage Frauen nicht mehr kochen? Ohne Scheiß jetzt. Soll ich vor dir jetzt Nudeln kochen? Ich koche jetzt dann vor dir Nudeln. Siehst du mal, wie ich gebratene Nudeln mache? Keine Kultur, nix. Die waren nichts Besonderes, Bruder. Ich habe bessere gehabt. Die Frauen vernachlässigen immer mehr ihren Job. Boo-Kie-Mamul-Awe-Manne-Kim-la. Ja, Mann. Danke, Diamani. Pass auf dich auf. Meine Frau Sinem kocht etwas. Meine Hartz-IV-Prinzessin mit Schnurbart. Ich mache so ein Lüge, aber ich bin so sick. Mein Mann Harun macht den besten Dönerspieß. Dein Mann so... Nee, ich kenne mich. Hör doch auf, mein Bärchen. Wir haben uns verstanden, ein Mann kann kochen. Du kannst es nicht kochen, reicht doch, ja? Du kannst es nicht tun, aber ich komme. Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Ich werde mitnehmen. Ich habe nicht geglaubt, dass du nimmst. Boah! Boah! Wie geht es in Afrika? Alles klar. Du hast gerade 1.900 Zuschauer? Ja, Bruder, warte mal. Ich erzähle dir ein bisschen, wenn du schon mal da bist. Wieso gibt es in Afrika keine Busfahrer? Oder keine Busfahrer, Schwarzfahrer sind. Sie fahren gerne. Wie geht es dir, mein Freund? Hä? Bruder, ein Girlfriend. Hier. Ist eine beautiful woman, Miss Germany in Bern, von nimm doch an. Bitte. Mach mal. One minute. Geht an. Mache, wer ist gegen mich? Miss Germany in German. Ist eine beautiful Frau. One minute. Das ist Traum, glaub mir. Wo kommst du hier, Bruder? Hannover. Oder was meinst du? Mein Wort zählt, ja? Hä? Ich komme aus Afrika, aber jetzt wohne ich in Hannover. Ich folge dir, aber du bist sympathisch. Du bist korrekt. Boah! Maschine! Boah! Du schon, du... Hast du eine Freundin? Ja. Echt? Wie lang? Bitte? Wie lang? Wie lange bin ich mit meinen Freunden zusammen? Ja. Ja. Jetzt fast drei, drei Jahre oder vier Jahre? Drei Jahre. Ah, deutscher Passo. Ah, du raffiniert, du deutscher Passo. Morgen, deutscher Passo. Kommende, drei Jahre dauert Aufenthalt und dann vier Jahre weg. Ein übergewöhnlicher Bettina, he? Nein, 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 guck mal, guck mal, alle Menschen sind nicht gleich. Gibt's, manche Leute machen genau so, aber ich bin nicht so. Okay, wenn du nicht so bist. Ja. Wie heißt deine Freundin und welcher Datum? Musst du sofort sagen, wenn du dich liebst. Meine, es waren 30, meine Freundin. Die Datum? Wann geboren? Welcher Parfüm? Wieder? Welcher Parfüm trägt die? Langsam, langsam, mein Deutsch ist ein bisschen... Wallah, meine Freundin ist gerade hier in Leyen. Sie guckt auch zu. Ist deine Freundin Deutsch? Nein, sie ist Araberin. Hat die Deutsche Pass? Nein, auch nicht. Hat die Unbefristet? Ich habe es, sie hat noch nicht. Du Schlingel, du. Entweder hat Geld, du kleine Lawine, 30 Zentimeter ohne Kopf. Du bist nicht lange, du. Oh Gott, du hast noch eine Karamella, du. Englisch wieder da. Natürlich. 11 Uhr, komm nochmal, da ist später 11 Uhr bei mir. 11 Uhr bei mir, viel Action, viel Action. Bachar, danke. 11 Uhr. 11 Uhr bei mir, ja, bei mir, Gast, komm ein Gast. Bei mir 11 Uhr, viel Frau, viel Action. Dieses 2000, noch nichts 11 Uhr, immer 3000, 4000 Zuschauer. Boah, Junge, guck mal, die Leute folgen mir gerade. Wallah, Leute, ich spende dir mal was an. An alle Engel, Abi, wallah, einer soll mal kurz rübergehen und haut ihm mal ein Auto oder so rein. Der freut sich, klar. Was? Auto? Wallah, ich... Warte, jetzt bekommst du was Gescheites. Wallah, heute kann ich nicht. Ich schlafe morgen, muss ich zur Arbeit. Wallah, einer soll immer mal... Oh, ich schau, was du bekommen hast. Wallah, was ist das denn so? Wallah, wow. Nein. Wallah, was passiert bei dir? Wallah, was passiert bei dir? Wallah, mal mehr. Wallah, hau dir mal eine Löwe rein. Wallah, gönn dir mal eine Löwe. Wallah, nein, nein, nein. Wallah, Junge, Junge, Junge. Wallah, boah, boah, boah. Oh, Samba, wie er meint. Oh, Abdelkata, Regentanz, eh? Wallah, boah. Wallah, boah, boah. Die muss ich öffnen sein, oder? Junge. 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 Po, poah, boah. Ja, wo du englisch, Fabik. Junge, Junge, ich hab drei Hunde so, ich habe greift. Junge, boah. Junge, wolle, das ungrüblich. рафika. Junge. Junge, guck mal. Junge, guck mal, boah. Wo. Junge. Boah. 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 Gott. Gute Gefühle. Wallah, bin ich. Morgen mit meinem Chef geregelt, du bist schön. Heute kann ich nicht laufen. Boah. Junge. Junge. Wallah, vielen Dank, Jungs. Ich küsse euer Herz. Warte, Mann. Nach hier. Ich schicke dir nach hinten. Wallah, ich komme dich besuchen. Diese Wochenende. Ich habe ein Problem. Jede Zeit keine Schock hier. Wallah. Wallah, ich komme dich besuchen. Du bist jetzt mein bester Schokoladenfreund.